Ich spiel das letzte, ich spiel ich mehr mit dir, ne? Ey, du hast gesagt, hörst auf mit dieser Scheiße! Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video mit dabei ist heute der liebe Mann 010! Hallo! Der liebe Philipp Sterner Skill! Hallo! Oder liebes Keschan! Wir dachten uns, meine Freunde, Philipp, kannst du vielleicht damit aufhören? Philipp! Ich bin meine Dancing Queen! Philipp! 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 Es ist schon Strafe genug, dass wir Mixed Lobbys müssen, okay? Ready! Ich hab den Blockbuster Skin! Ja, Philipp! Philipp, das ist ganz toll, dass du den hast! Mach dich jetzt einfach! Philipp! Tanzen wir alle! Jetzt alle auf 3 tanzen! 1, 2, 3! 1, go! Boah, Ton, Alter! Alter, wie das aussieht, Junge! Mann! Komm mal her, Junge! Komm mal her, komm mal her! Hier, guck mal! Junge, gehen wir dich auf den Sack, Alter! Also folgendes! Wir haben nämlich etwas entdeckt, meine Freunde! Und zwar werden wir jetzt erstmal versuchen, eine Runde normal zu spielen! Und dann gibt es hier oben nämlich noch eine geile, geile Shopping-Card-Rampe! Und da werden wir gleich ein bisschen rumexperimentieren! Denn Tobi und ich haben ein paar lustige Sachen herausgefunden! Aber wir gehen jetzt erstmal nach Spandau! Denn da gibt es nämlich auch noch einen kleinen, aber feinen Bug, den wir unten quasi direkt vollziehen! Ey, wusstest du eigentlich, dass man jetzt die Rakete starten kann? Philipp, kann man nicht! Lieber, kann die Rakete starten! Man kann die Rakete nicht starten, Philipp! Ey, wollen wir das im nächsten Video Alphastein erzählen? Das... Den Vollidioten! Den Vollidioten! Ich würde jetzt erstmal sagen, wir rasieren jetzt erstmal, Digga! Ich hätte eine ernste Frage! Erzähl, erzähl! Meinst du, es ist so lustig, dass ich lachen müsste? Das mit dem Shopping-Card? Ja! Hast du das Video von mir gesehen, wo man mit dem Shopping-Card so krank geboostet würde über die ganze Map? Interessiert mich nicht! Okay, schade! Ähm, tat grad bisschen weh, Philipp! Tat grad bisschen weh, leider! Hier ist einer! Philipp, f*** mich doch! Junge! Digga, gebe mich auf den Sack, Alter! Was ist denn mit dir schon wieder, Junge? Warte, vielleicht können wir das da hinten mit der Rampe ausprobieren! Komm mal mit! Wo ist das hier vorne bei Blau, oder? Ach, Junge, ist das affig, Alter! Dieser Autismus von dir! Wahnsinn! Glaubst du das? Mann, Junge! Oh, Junge! Philipp, was ist heute mit dir, Digga? Du gehst mir so auf den Sack grade! Ey, ich bin, ich bin Heavy Metal! Tobi, guck mal, ob du die Rampe bauen kannst! Ah, stimmt! Warte, wie soll ich dir was zeigen? Warte, warte, kurz! Oh mein Gott, oh mein Gott! Hey, wie muss ich die Wand editieren? So, ne? Editen, editen, editen! So! Editen, 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 editen! Ey, wo? Digga, ich spiel das letzte, ich spiel nicht mehr mit dir, ne? Ey, du hast gesagt, du hörst auf mit dieser Schaasse! Ne, was soll denn das jetzt, Digga? Es tut mir leid, Philipp! Es tut mir leid, Philipp! Es tut mir leid, Philipp! Digga, warum springst du denn die? Ich spiel nicht mehr mit dir! Vor allem, der ist nicht mein... Philipp! Nein, 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 nein! Warte, warte, warte! Philipp, sorry, sorry, sorry! Och, Junge, was? No way, dass er jetzt butthurt ist, Digga! Come on! Okay, Leute! Bevor jetzt wieder irgendwer in die Kommentare schreibt, fragt sämtliche Leute! Fragt Manulsen, den größten Ehrenmann auf ganz YouTube! Das war gerade nicht abgesprochen! Und ich hab eigentlich gedacht, dass Philipp wirklich abspringt! Ich hätte nicht damit gerechnet, dass dieser Trottel da sitzen bleibt! Wow! Äh, ich glaub aufs Dings, oder? Aufs Lucky! Aufs SO! Oh Gott, komm bei das Team! Komm bei das Team vor uns! Alter, das kann doch nicht sein! Der hat nix... Boah, Junge! Und der hat... Nein! Der hat nix mehr! Ja, boy, nice! Baby, pusht er nicht allein! Ja, er wird mich finishen, er wird mich finishen! Ja, das haben wir aber jetzt auch genug gesagt! Wow, 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 wow! Was ist der da drin? Hat dich nicht gefinisht? Alter Ficken! Ich hab die nicht gesehen! Hast du, Tobi, hast du? Der ist über dir! Hab ihn! Ah, Philipp ist wieder in der Lobby! Haha! Er ist doch wiedergekommen! Er ist doch wiedergekommen! Philipp! Was willst du? Ich beobachte euch grad! Und jetzt brauchst du wieder meine Hilfe, ne? Ne, 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 pass auf, Philipp! Du kennst meinen Struggle! Ich bin ganz ehrlich zu dir! Du kennst meinen Struggle, Philipp! Er ist entschuldigend, Digga! Es tut mir leid, okay? Ich bin grad ein bisschen bockig! Okay, ich kann das... Ich bin grad ein bisschen bockig! Ja, ihr lacht! Philipp, pass auf! Du kennst meinen Struggle! Okay, sag Entschuldigung, lieber Philipp! Ich mach das nie wieder! Junge, Philipp, es tut mir leid! Okay, jetzt hören wir mal zu! Und ich mach das nie wieder! Ich mach das auch von mir aus nie wieder, Philipp! Also, pass auf! Du kennst meinen Struggle! Ich muss auf die Views kommen, Digga! Und wenn ich dann den Titel schreibe, getrollt! So, du weißt, Leute, ne? Jetzt bist du netterweise noch vom Team Speed Disconnected, das kann ich den Rage-Quinten noch reinschreiben! Super Laden! Danke dafür, Digga! Aber Philipp, warum bist du jetzt da runtergefahren? Vor allen Dingen, warum bist du nicht ausgestiegen, Junge? Was ist denn mit dir? Digga, weil ich grad mir eine Dance-Mouse euch zeigen wollte! Ja, richtig! Weil du ein verdammter Autist bist! Weißt du, wie Kohle ich da reingesteckt hab? Dann muss ich euch hier auch mal was zeigen! Ja, ein bisschen Show-off, Digga, weißt du? Ist kein Ding, Philipp! Wir holen jetzt noch einen Win danach, machen wir noch eine Runde und versuchen mal oben ein bisschen an der Rampe ein bisschen was aus, okay? Pass auf, Digga! Ich wette hier 20 Euro, dass ihr verliert! 20 Euro! 20 Euro, Digga! 20 für jeden? Ne, 20 geteilt durch euch! Okay, 20 durch 3 sind 5! Oh! Ja, 5 für jeden! Ne, hä? Okay, wir machen 15 Euro, Digga! Ich wette 15 Euro, du schaffst es nicht zu holen! Okay! Okay! Später! Wenn du das holst, Digga, 1000 Euro! Von mir! Der ist genau über dir! Ja, Digga, nie im Leben, Alter! Ja! Ha, 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 ha! Hey, Junge, Mann! Ja, den soll ich machen, Alter! Nice, danke dafür, Tobi, ne? Halt die Fresse, wenn man PC nicht dafür kann! Danke, Tobi, danke! Halt die Fresse! Du bist so scheiße in diesem Spiel! Halt's Maul, Digga! Du Scheiße, Alter! Ich geh auf, Leute! Haut rein, schönen Abend noch! Tschüss, Digga! Digga, du versuchst einfach hier das Ganze mit deinem Tipp gerade! Jetzt kommst du wieder angekrochen, ne? Du hast mir gar nicht geschrien, dass ich kommen soll! Digga, du hast mir doch gerade geschrien, dass es mir auch aufgefallen! Hey, Jungs, ich weiß gar nicht, was ihr wollt! Abfahrt zur Tonhalle! Ja, pass auf, Tobi, baust schon mal die Rampe, äh, Digga, pass auf, pass auf, pass auf! Weißt du, was wir machen? Ja, wir fahren mit erstmal Metzen, dann bauen wir die größte Rampe, okay? Ja, aber das ist ja schon Rampen! Die größte Rampe der Welt! Das ist ja voll steile! Du fährst da mit 1000 Karmaden Berg runter und dann fliegst du auf die steile Rampe da! Ja, aber wir müssen doch verlängern, glaub ich, ne Verlängerung meinst du? Ja, 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 okay! Ja, hier ist auch ne Einkaufswagen! Ich hab auch ne Einkaufswagen! Ja, steck ein, du Bummi! Ja, warte, warte, ich bau Rampen hoch! Ja, chill doch mal, Digga! Ja, chill doch mal, Digga! Fäng doch mal jetzt ein! Warte, 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 geh weg! Wir müssen doch da unten noch, oder? Ich bau, ich bau weiter, hol du Mats, hol du Mats! Hey, wie sag ich unten schon die Rampe bauen? Ja, mach, 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 mach! Weiter! Wir wollen die Rampe da rechts fahren! Ja, machen wir doch jetzt! Warte, ich bau gerade hier noch! Du weißt nicht, wie gerne ich dich hier rauslassen würde, ne? Was denn? Okay! Okay! Tobi, du kannst, du kannst, du kannst! Mach das Jump-Hat-Ding! Habt ihr das Jump-Hat da, oder was? Go, 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 go! Hey! Ah! Guck mal! Junge, Junge! Hä? Wieso bist du nicht genug gewesen? Hä? Wie überlebt man sowas? Ja, weil ich unsterblich bin! Scheiße, Mann, das hat nicht funktioniert! Wollt ihr mich umlegen, ja? Nein! Wir wollten noch einen Jump-Hat-Place, dass wir da drauf springen! Ey, Revi, pass mal auf! Wir fahren jetzt noch einmal! Nein, komm mal rein! Komm mal rein, bitte! Ich geb dir mal, pass mal auf! Ich geb dir mal meine Materialien! Okay! Wir fahren jetzt noch mal hoch, und du baust noch ein bisschen höher! Ich will dir mal was zeigen, was cool ist! Nein! Wenn ich sterbe! Ich will dir wirklich was cooles zeigen! Okay, Tobi, du bist zur Hilfe, ja? Kannst du noch Everywhere bauen? Noch höher, Geht nicht! Aber ich, ich we... Ich weiß, ich schiebe nicht so an, dass dann auf einmal runterfällt, wenn er nicht mehr geht! Ja, ja! Ohohohohoho... Na, egal, passiert nichts... Äh, was!? Hä? Was!? Was!? Ehrenmänner, heben ihn nicht auf, Ehrenmänner, heben ihn nicht auf. Ja! Nein, 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 nein. Jungs, ey. Denn die Ehrenmannschaft hebt ihr nicht auf. Schießt die Rampe kaputt, damit der Penner runterfällt. Schießt die Rampe kaputt, damit der runterfällt. Ja! Nein! Manuel! Ja! 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 Wir gehen jetzt nach Salty Springs, Jungs. Salzbuben! 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 Wie kannst du mir gefallen tun? Ja, das lassen. Halt die Fresse. 20 Minuten später. Oh, hier liegt noch ein Slurpy. Leben noch 17 Leute, das macht gar keinen Sinn. Hier, Rewe, kannst du den Slurpy nehmen? Doch, geschickt, Alter. Ja, nimm mich nissen. Nein, hier, sie geht! Da steht Kölz hier neben mir. Lol, lord. Wie lag noch einer? Ja. Guckst du da auf? Krieg nichts gerafft gerade, Alter. Finne ich mich, bitte, finde ich mich, bitte, finde ich mich. Bitte, finde ich mich. Da kann er sich alle holen, Leute. Ach, der ist krank, ich schwöre, er hat alles getroffen. Dann morgen. So, Kinders, ich würde sagen, wir wollen das jetzt gerade noch mal. Rote Karten! Hat denn gestern nicht zu gut geklappt, wir holen jetzt auf jeden Fall im Duo noch den Win mit den neuen Fußballskins hier. Jaaaa! Lass einfach rote Karten verteilen. Auf jeden Fall. Es gibt einfach acht Fußballskins. Ich habe mir tatsächlich nur zwei gekauft, eine Frau, ein Mann. Das reicht mir auf jeden Fall. Ich bin nicht so wie Standardskill, der sich jeden Skin kauft, ne? Ich gehe da aber auch nicht so viel. Auf geht's nach T-Bilted. T-Boss! Okay, ich gehe ganz oben rein. Also nicht ganz oben, aber eins drunter und hole die mir die Kiste. Oh ja, das ist meine Kiste. Das ist meine Kiste. Nein, hier ist keine Kiste, weht hier. Keine Waffe. Wow. Das ist ein guter Start auf jeden Fall. Ich hab ne... Möchtest du ne Pumpkan haben? Äh... Oh, komm mal hier drüben, drüben. Einen, hab einen. Komm mit. Komm, auf geht's. Dann können wir abstauben. Nice. Über uns, über uns. Steps. Auf Garage, auf Garage. Warte, warte, warte. Der Dicke ist auf Garage, der Basketballspieler hat Dicke jetzt. Wo ist der? Der ist unten drinnen, pass auf. Haben wir ihn not? Nice. Der Mate ist hier. Hast du, hast du, hast du. Hast du, Philipp, hast du. Oh, Dicke, wie viel Leben er hat, Alter. Elhauser, wollen wir hin? Ne, lass mal hier, links, links. Komm mal. Der ist hier, der ist hier. Der hat C4, geh nicht da lang. Oh mein Gott. Oh, Dicke. Habe ihn. Nice, nice, nice. Okay, war es doch schon in Zeltet, Dicke? Weiß nicht, wir können ja mal rumschießen. Hier ist noch eine Scar für dich, Dicke. Eins. Oh, was ist da? Wenn wir die Scar, Dicke, komm her zu mir. Oh, rechts, 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 rechts. Oh mein Gott, der hat mich richtig gedrückt. Der pusht. Wir haben gute Hits, gute Hits. Einer von denen ist locked. Einer von denen ist down. Einer von denen ist richtig slow, Dicke. Der ist hier. Der hat sich hier eingebaut. Über dir, da. Genau, genau da. Einer von denen ist down. Der ist unter dir, unter dir, unter dir, unter dir. Ja. Uff, belasten, Dicke. Ich wollte den unbedingt mit der Scar. Kennst du das, wenn man mit der Scar unbedingt finishen will? Ja, ja, kenn ich. Ich wollte den unbedingt damit fertig machen, Alter. So. Ich hab nen Schack-Chack für dich. Komm her, nimm den Schack-Chack. Hier oben ist noch ein dicker 50er Trank. Ja, den hole ich mir. Kannst du ein kleines Decken? Ja, kann ich. Schau mal her, dann nimm du mal das hier. Gib dir mal Mats, hör mal her. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, hast du was zum Heelen dabei? Äh, ja, Bandage kann ich mitnehmen, ja. Okay, gut, dann pass auf, ich schaffe den 50er Trank und lauf los. Ne, nimm den mit den 50er. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Der lag oben auf dem Dach hier, wo wir grad drin sind hier. Ja, wir müssen aber schon los, ne? Die Zone ist halt... Ja, Zone macht nur einen Schaden, Digga, chill. Ja, aber ich hab noch 75 Leben, ne? Ich hab doch Bandage mit fünf Stück. Das war ich locker aus. Wenn ich gleich in der Zone abgeschlossen werde, dann bin ich beleidigt, Alter. Ich hab noch 52 Leben, Bro. Und die nächste Zone ist arsch weit weg. Ach, das ist doch hier um ne Ecke. Ja, da unten rennen Gegner, da unten rennen Gegner, da unten rennen Gegner. Digga, ich muss in die Zone laufen. Ja, lass die Zone, lass die Zone. Lass hier den Berg hoch, oder? Kannst du mir schnell Bandagen dropen? Ich muss jetzt gegen heilen, komm. Geh mal schnell, geh mal schnell. Ja, komm her. Ah! Wir laufen rein, wir laufen rein. Komm, wir laufen rein. Die Zone würde uns komplett rasieren jetzt. Ich sag's dir. Ah, chill. Nächste Zone tötet uns. Nein, alles gut, Digga. Gut, hier vorne sind welche. Ja, ich weiß, ich weiß. Down. Am Baum ist noch einer links. Oben auf dem Dach sind welche. Oh, hier oben. Komm, bau dich hier hoch, bau dich hier hoch, bau dich hier hoch. Schau, schau, schau. Die sind hier unter uns. Hey, na, dicken 62er. Einer nockt. Nice, 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 nice. Oh, nice, nice, nice. Oh mein Gott, Digga, hatten die Healing? Kein Healing, kein Healing. Wir müssen sofort weiter. 15 Sekunden ist die Zone. Wollen wir noch Hop Rocks? Ich hol mir noch rein. Äh, ich hol mir noch rein. Ja, hier wurde noch nicht gelootet. Nice. Und hier oben ist noch eine Kiste. Bandagen vielleicht wenigstens. Oh, ein 50er. Nice. Fast genauso gut. Ich hab Bandagen gefunden, ich hab Bandagen gefunden. Oh, hier ist noch ein 50er für mich, Digga. Oh mein Gott, Digga. Das war echt gut. Das war so kräftig. Kannst du noch eine Bandage abgeben? Ja, nehm, nehm, hier liegen. Neun Leute noch am Leben. Ja, das ist halt mal easy. Aber guck mal, was hier ist. Mad Kid. Soll ich's nehmen, oder? Ja, nimm mit, nimm mit, nimm mit. Oder nimm's direkt ein. Nimm's direkt ein. Es sind nur noch zwei Leute. Äh, die kommen, die gehen zum Loot Drops. Die gehen zum Loot Drops. Warte, warte, warte. Drei. Bist du bereit? Drei. Zwei. Eins. Jetzt. Hat dicken Headshot, der ist fast down. Der ist fast down. Er hat kein Schild mehr, ist wirklich fast down. Push weiter, push weiter. Komm von der Seite. Er ist down, er ist down, er ist down. Nice, nice, nice. Hab ihn down. Mach keinen Blödsinn, mach keinen Blödsinn. Ich hör nichts mehr, Digga. Hat ordentlich Hits von mir bekommen, hat richtig Hits von mir bekommen. Warte, warte. Wo ist der, Digga? Hier vorne. Achter Shot, oh mein Gott. Nice win, Leute. Wir haben's geschafft. Philipp, es tut mir leid, dass ich dich so getrollt hab. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei mir Standard-Film vorbei. Macht's gut, haut da rein. Bis die Zeit, Leute. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.